Schönen guten Abend, ihr zusammen. Ich freue mich, dass ihr zu Faktorio eingeschaltet habt. Wie ihr merkt, ist das keine Aufnahme aus dem Stream, was ich sonst immer gerne mache, sondern es ist eine Offline-Aufnahme. Liegt einfach daran, unser Internet hat Probleme. Also angeblich oder vermutlich ist es so, dass irgendjemand zusätzlich auf unsere Leitung geschaltet worden ist und wir deswegen kein Signal mehr bekommen. Das wird jetzt überprüft. Leider dauert es noch ein paar Tage, bis das soweit fertig ist. Nichtsdestotrotz hatte ich tierisch Bock darauf, weiter Faktorio zu spielen und damit es halt auch noch ein bisschen spannend ist und ihr nicht was verpasst. Falls ihr interessiert seid, das weiterzusehen, wie ungeschickt oder geschickt ich mich in der Zwischenzeit anstände, habe ich gedacht, hey, nehme ich das Ganze mal eben auf. Kommentare dürft ihr halt gerne unten, sonst wo. Ich weiß gar nicht, ob man bei Twitch Kommentare machen kann zu Videos, aber egal. Lasst es euch einfach dabei gut gehen. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen zusammen Spaß noch. Okay, machen wir einfach mal weiter hier. Oh, ne, ich brauche keine weiteren Tipps. Ja, wie ihr seht, ich habe es geschafft, einen Zug zu bauen. Einen ersten. Ich habe meine Ölpipeline hingelegt. Ich kann Schienen ganz viele bauen und ich sitze in meinem kleinen Eutekinn und habe festgestellt, dass Autos gar nicht so super praktisch sind und nicht immer so. Ja, was ich aber auch festgestellt habe und was ich bisher noch nicht so genau weiß im Rahmen von Technologie. Ich erfinde gerade weitere Sachen oder mir ist gerade die Elektrotechnik total wichtig. Also aus zwei Gründen. A kann ich diese anderen Schaltkreise bauen. B kriege ich das nächste Wissenschaftspaket. Nicht, dass das super wäre, sondern eher mehr Arbeit. Nichtsdestotrotz schaffe ich es aber hier mit, wo geht es hin? Genau, die Elektromotoren zu entwickeln und mit den Elektromotoren die Robotertechnik und endlich Fluggeschichten zu konstruieren, womit ich halt dann, denke ich mal, eine Runde weiterkomme. Also ich meine gar nicht so viel. Huch, ich glaube, ich habe irgendwo daneben geklickt. Ja, wo ich dann hingehen kann und einfach andere Konstruktionen machen kann. Ich fürchte, nachdem ich das so bei dem einen oder anderen gebaut habe, ist das so leise bei euch oder ist das gar nicht so leise? Ich fürchte nicht. Na, ist egal. Ich fürchte, irgendwann werde ich meine Basis doch deutlich, deutlich größer bauen müssen. Aber erstmal schauen wir mal, was sich hier so ergibt und die Produktion einfach. Also wenn ich das hier so sehe, andere Leute bauen Millionen von diesen Dingern und ich habe nur so ein paar kleine. Ähm, andere bauen Millionen von diesen Streifel, Streifelarmen hier. Oh, guck mal, ich habe hier sogar zwei von diesen Dingern. Ich muss mal gucken, was bauen die denn hier? Die kriegen Kupferplatten. Für die roten brauche ich Kupferplatten und Zahnräder? Mehr? Nicht? Warte mal, ich muss mal eben gucken hier. Ja, Kupferplatten und Zahnräder. Dann würde ich sagen, wird es durchaus Zeit für mich, da noch mal was draufzusetzen. Das ist nur die Frage, wie kriege ich die platziert? Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall noch mal eben schnell eine zweite Fabrik bauen. Kupferplatten, legen die da hin, damit ich da definitiv ein bisschen mehr Zeug habe. Also, ähm, brauche ich mir hier so eine da, so eine Fabrik, die setze ich hier hin. Dann brauche ich natürlich eine Stromleitung. Und irgendwas, wo packe ich die hin? So. Die bauen die roten Dinger, greifen sich das und wo? Die müssen auf jeden Fall, ach, die setzt, ah, das machen wir mal anders, den. So, den greif an, den müssen wir erstmal hier wegfröbeln. Den greif an, machen wir hier hin. Dann kann ich das nämlich unterirdisch machen. Das sollte ja funktionieren. Zack, bis hier hin. Und noch ein, eben ein Ding einzeln, total merkwürdig. So. Und der setzt das auch direkt auf die richtige Seite und somit produzieren wir, denke ich. Ausreichend, oder? Ja, super. Also, haben wir davon schon mal zwei und davon. Hier sind auch noch ganz viele drin, auch wenn die hier produziert werden. Aber dann habe ich, äh, schon mal die Möglichkeit, die nachträglich irgendwo anders hin zu transportieren. Ich gucke mal eben, ob ich, äh, Audio. Ich mache die Gesamtlautstärke mal ein bisschen höher. So. Okay. Sollte eigentlich, jetzt habe ich hier einfach nur eine Kiste Holz. Die habe ich hier einfach mal hingelegt. So. Ja, jetzt dürfte auch die Forschung gleich schneller laufen, weil die, ähm, die greifen die doch schneller ab. So. Und die setzen dann einfach ein paar mehr von diesen Dingern dahin. Hoffe ich mal. Ja, genau. Der setzt das da hin. Dann habe ich da ein bisschen Zeit. Ähm. Hier kommen ganz viele Mauern an. Hier werden Steine gebaut und mehr Mauern. Ach, das sieht das schon mal gut aus. Aber die Frage ist, soll ich fliegende Logistikzentren bauen oder nicht? Also, eigentlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Aber noch, jetzt habe ich so eine Eisenbahn und so ein Schiedensystem und ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwo für brauche. So. Was machst du denn? Was mobst du dir hier? Was sollte hier denn ankommen? Stahlträger? Du legst da einen Stahlträger und da entsteht ein Wettkampf drum, wer den Stahlträger kriegt. Der kriegt nicht genug Munition. Das heißt, ich brauche noch mehr Stahlträgeröfen. Aber du könntest ja auch. Aber dann liegt der da hinten. Du kriegst nicht genug Stahl. Oh, oh, oh. Ja, irgendetwas stimmt hier nämlich nicht. Ist irgendjemand schon fertig? Hier kommt nicht genug Stahl an. Na ja, doch scheinbar wohl, oder? Hier hinten kommt nichts an. Ich muss mehr. Ich baue hier noch meinen Erzförderer. Aber ich schaue mal eben, vielleicht habe ich noch einen. Nee. Ich brauche noch so einen Erzförderer, damit er hier erstmal genug Gas gibt. So. Festbrennstoff. Ist irgendwo richtig. Den kann ich irgendwo reinschmeißen, aber... So. Ich muss hier echt irgendwie mal schauen, dass der genug Zeug produziert. Ich könnte ja hier... Ja, ich baue mir mal... Ich baue mir noch mal so einen Megaschmerzofen. Ziegelsteine. Ich brauche Ziegelsteine. Kriege ich die hier unten? Nee, der nimmt normale Steine, ne? Ich stelle mich mal hier hin und sagen wir mal, so viel Mauerproduktion brauche ich ja jetzt auch nicht. Huch. Also im Moment kann die Mauer auch mal ein bisschen warten, ne? Scheinbar gibt's ja jetzt erstmal nicht so viele Aliens. Habe ich genug? Hihi, für so einen Schmerzofen. Jo, habe ich. So. Stahlträger könnte ich auch nachher mal hier hin. Da können dann nachher Rohre, aber nicht Stahlträger. Oder? Was sind das denn hier? Ich muss mal gucken, wo ich denn meine Stahlträger hin deponiere, damit da Stahlträger noch zusätzlich hinkommen. Was sind das denn? Eisenstangen, ne? Wo kommen die Eisenstangen denn her? Ich glaube, die sind da nur unfreiwillig, oder? Der braucht nur Metallpflanzen. Die sollten da gar nicht sein. Na gut. Hey, machen wir mal anders. Hier, sammeln wir die mal ein. Dann brauchen wir die doch gar nicht. Und Linda, stell dich mal ordentlich hin. Dann drückst du auch die richtigen Knöpfchen. So. Das ist doch schon mal schön. Meine Elektrotechnik wird gleich fertig. Das ist schon eine gute Geschichte. Und ja, im Gegensatz zu vielen anderen, dass das einfach immer noch Mumpets. Nein, Mumpets nicht. Aber eine relativ einfache Geschichte, was ich hier produziere. So. Wo ist denn mein Schmelzofen? Aber da oben ist der... Ich muss den hier hin setzen. Oh, der Schmelzofen braucht Brennstoff. Ich brauche Brennstoff. Das ist nicht so super. Ähm. So. Der liegt drauf. Der soll sich nicht drauflegen. Aber das ist nicht so schlimm. Dann testen wir mal. Oh ja. Wir fangen mit den Elektromotoren, damit wir gleich in die Geschichte gehen können. Und ich fürchte, das wird nachher unglaublich teuer. Der ganze Shit. So. Ich habe hier doch noch Festbrennstoff. Den kann ich doch einfach mal da reinschmeißen. Zur Not baue ich dem eine Kiste. Nachher, wenn die ganze Fluggeschichte kommt, dann baue ich dem eine Kiste, wo der alles reinpacken kann. So. Yay. Jetzt kommen selbst hinten Forschungsdinger an. Das geht natürlich dann echt schnell. So. Und der legt Stahldinger dahin. Wer braucht denn noch Stahlteile? Ja. Die müssen aber hier vorne hin. Das ist natürlich blöd. Warte. Ich brauche einen filternden Greifarm. Mhm. Der braucht Stahl, ne? Mhm. Dann muss ich mir irgendwie Stahl darüber führen. Aber ich könnte hier einfach mal... Da machen wir das. Ich weiß, das ist bestimmt nicht wirklich produktiv. Oh, ich stehe zu weit weg. Aber dann baue ich mir hier so eine Stahlrampe. Dann hole ich mir den Stahl woanders her. Hey. Du, sagst... Wo kommt denn der? Ach so, der sitzt... Wieso hast denn du den Stahl aufgemessen? Hm. So, okay, du... Und wenn das überbleibt, kriegst du den Stahl? Du brauchst nämlich auch Stahl, so ein Shit. Okay. Das ist nicht gut. Doch, dann muss ich den hier mal irgendwo den Stahl mir abgreifen, würde ich sagen, oder? Damit er den da draufsetzt. Hm, ist das blöd. Oder hole ich mir eine andere... Mache ich das auf einer anderen Leitung? Das ist jetzt irgendwie schwierig. Ich muss mal irgendwas ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Wenn ich das hier einsammle, dann kann der hier hin. Und bis da. Aber der braucht nur bis hier. Bei dem brauche ich da nicht mehr. So, ja, das ist ja gut. Dann machen wir das nämlich so. Dann läuft der hier, hier, hier hin. Und eigentlich... Ja, das ist echt eine sauunschnelle Lösung. Das gebe ich zu. Und ich stehe wieder nicht an der richtigen Stelle. So, dann kommt nämlich hier ein fitternder Greifarm hin, den ich gerade natürlich nicht habe. Schneller, filternder Greifarm. So, den kann ich hier hinstellen. Und dieser filternde Greifarm nimmt alle Stahlträger runter. So, und so viel kann ich unten nicht nachproduzieren. Dass das nicht reicht. So, also, dass der die nicht rausfischt. Und dann läuft das hier rum. Und der nimmt die sich. Und ich baue mir hier hinten nochmal so eine Geschichte, wie ich das gerade gehabt habe. Da holte ich mir noch ein paar Steine. Und dann lege ich das einfach mal... Oh, ich sollte mal gucken. Ich stelle ihn mal hier hin. So. Und dann sammeln wir mal alle Steine ein. Dann baue ich mir nämlich noch einen zweiten Hochofen. Und auch wenn das nur provisorisch ist, aber das sollte eigentlich machbar sein. Ich könnte eigentlich vielleicht auch noch zwei Hochöfen bauen. Warum kommt da so wenig Kohle nur noch an? Das ist irgendwie nicht so gut. Ich muss das mal eben gleich überprüfen. Das sollte doch deutlich mehr sein. Eben gucken, wie viele von diesen Hochbrennöfen niemanden kann. Zwei, das ist schon mal gut. Kann ich nämlich noch einen mehr für Steine schmelzen machen. Und dann schauen wir mal eben an, was hier die... Ich will es mir erzählen, dass nur weil du hier nixst... Ich habe nicht genug Strom. Kann das? Oh, shit. Der Kessel ist ausgefallen. Okay, die beiden Kessel sind ausgefallen. Das nicht gut. So, und warum der produziert nicht genug, ne? Okay. Dann musst du auch noch mal was produzieren hier, sonst wird da nix. Und ich lege mir noch... Ich baue mir noch einen weiteren. Das war echt doof. So, aber jetzt müsste ich doch wieder genug Druck haben und die wieder ordentlich arbeiten. Oh, es gibt ja diese... Oh, warte mal. Ich habe da... Habe ich das schon entwickelt? Dieses Schaltungssystem? Nee, habe ich noch nicht, oder? Gott sei Dank. Also ich habe gesehen, dass es Schaltungssysteme gibt, die ich irgendwann entwickeln kann. Und dann kann ich so wenn-dann-Dinger machen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, das ordentlich und gut zu machen. Also ich hoffe, dass das geht. So sieht der nicht zu verpeilt bin. So, aber habe ich mir jetzt meinen Erntesammler habe ich gebaut, ne? Zack. Du sammelst mir das Zeug weg und bringst das hier hin und damit kriegen wir einfach erstmal ein bisschen mehr. So, was wollte ich noch? Ach ja, du sammelst hier die Steine weg. Du schmilzt mir einfach nochmal. Ich brauche noch ein paar von diesen Greifarmen. Also nicht, dass ich die irgendwo maschinell herstelle, ne? Was ja total sinnvoll ist. Zip. Dann noch ein Strohmaß. Oh, das ist echt. so, ein Hochofen. Ach nee, das ist ein kleiner. Ich wollte da einen großen. Das ist ja nicht so schlimm. Zack. Du nimmst hier und brauchst den dann. Kann ich hier oben noch irgendwo... na, ich fürchte nicht. So, dann muss ich... greife ich mal alles an den Stahlplan und ab, was du so hast. Du machst mal einen drauf und einen abgreifen. Ich hole mir hier hinten mal meine Brennstoffe. Also so 50. Mal gucken wir mal. Boah, der produziert ja richtig was an Festbrennstoff. Die muss ich mal gucken, dass ich die irgendwie hier hinkriege. so. Okay. Du sollst alles ein. Dann kommen natürlich... Komm hier hinten noch. Wie viel hast du denn? Du bist voll. Okay. Oh, wow. Na ja, gut. Es läuft einigermaßen, aber der nimmt da hinten auch nichts mehr rein. Der könnte mal ein paar rausdrehen, würde ich sagen, oder? Komm, pack mal einfach ein paar da drauf, damit da ein Rückstau ist. Und hier auch nicht so viel. Aber dann sammelst du einfach nichts mehr ein und ich habe das noch als Reserve. Ich habe nicht genug. Ich brauche... Also entweder habe ich nicht genug Druck auf die Kesseln. Ich wohne mir mal eben hier noch Brennstoffe für meine... Die ganze Sache ist irgendwie zu lang. Vielleicht wollen die Kesseln auch nicht mehr. Da kommt nicht genug Boden an. Ich brauche Kohleförderer. Oder schaffen die Kesseln. Ich brauche vielleicht einfach eine weitere Dampfmasche. Die produzieren zwar Dampf, aber ich baue einfach nochmal eine weitere Dampfturbine. Das sicherlich nicht verkehrt. Habe ich noch Rohre? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Als ich mir eine Rohre hätte. Nach der anderen Aktion muss ich jetzt noch ein paar Röhrchen bauen zu. Das sind zwei, glaube ich. Eins, zwei. So. Ich sollte mal hier mein Kram irgendwie anders sortieren. Das ist irgendwie ziemlich sinnvoll anders, glaube ich. Eins, zwei. Wo ist meine Dampfmaschine? Da ist eine Dampfmaschine. Okay, ich brauche noch ein drittes Rohr. Und Strommast. Da kommt kein Dampf mehr an. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Irgendwie muss ich mehr Dampf erzeugen. So. Wie mache ich das denn am besten? Ach, hier oben wäre eine gute Ausstelle, glaube ich. So. Dampfmaschine. Dampf, Heizkessel und eine Offshore-Pumpe. So. Der Heizkessel. Die lege ich einfach mal hier hin. Dann kriegst du so ein... Nein, nein. Äh, nein. Das auch nicht. So. So. Ein Stromding. Wo ist meine Pumpe? Da. Da ist die Pumpe. Die legen wir einfach mal so hier hin. Jetzt muss ich mir nur noch mal eine gute Sache überlegen, wie ich Wasser und Dampf trenne. Hm. Ja, ich könnte das so. So. Äh, nee. Das ist natürlich blöd. Linda, mach mal nicht so ein Kappes. So. Also, ist ja gar nicht so schwierig. Ich mach nochmal ein paar Rohre. Was kriegst du nicht? Du hast keinen Brennstoff. Ich muss hier echt mehr Power hinter machen. So, das ist kein Thema. Ich geb dir Brennstoff. Dann kannst du da richtig Gas geben. Aber so, jetzt haben wir auch überall wieder genug Power. Aber ich werde hier nochmal so den Kohleförderer einfach nochmal hinstellen. Ich weiß, das mag eine total behämmerte Sache sein. Aber ich möchte da auf jeden Fall noch die Option haben, dass da mehr Krams ankommt. Oder dass ich da einfach nochmal nachfüllen kann. da ist auf jeden Fall. Jetzt kommt da genug an. Da genug. Und dann kann ich mir jeweils hier Pumpen anbauen. Da Pumpen anbauen. So. Eben schauen, wie sieht's mit der Energie aus. Boah, da geht richtig was auf. Ich sollte noch eine Dampfmaschine bauen, denke ich. Damit ich da einfach nochmal ein bisschen Ruhe habe. Aber mir fehlen Eisenberg. Vielleicht so zwei oder so. Die produzieren zwar wahnsinnig viel Umweltverschmutzung, aber ich glaube, da kann ich mit leben. So. 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 Bauen wir mal eben eins, zwei, drei Maschinen. Die muss ich ja nicht alle anschließen und nicht alle hinstellen. Aber damit da einfach nochmal genug Ressourcen rückwürstet ihr denn hier? Ach ja, ich konnte ihn nicht benutzen mal hier aufnehmen. So. Dann sieht das da auch wieder ein bisschen ordentlicher aus. Dampfmaschine eins. Guck mal, und dann machen wir hier direkt die Ruhrleitung für die nächste Pumpe. Okay. Okay. Damit wir da keinen Stress kriegen. So. Wie viel Leistung haben wir jetzt? Boah. Die wollen richtig viel. Ey. Ich könnte direkt die nächste da dran ballern. Krasse Sache. Richtig krasse Geschichte. So. Aber jetzt sollte ich noch ein bisschen Ressourcen haben. Ja. Und kann ich die denn schon bauen? Akkus? Wenn ja, wo tauchen die auf? Oui. So. Was gibt's hier? Exoskelett. Wow. Roboter-Technik. Okay. Was sind das? Kampfroboter? Bauroboter. Eigentlich ist es egal, wo mich anfangen. Oder? Bringt mir das mehr? Äh, nee. Batterie will ich gar nicht. Ich will irgendwie die Luftfahrt. Wo sind wir denn? Ähm, hallo? Da, Luftfahrt. Die will ich auf jeden Fall. Das dauert zwar jetzt auch wieder eine ganze Zeit lang, aber das sollte machbar sein. So, ich gucke mir mal eben auf der Karte an. Langsam entdecke ich da ganz viel. Die Außerirdischen oder beziehungsweise die Einheimischen, ich bin ja der Außerirdische, die, ähm, kommen Gott sei Dank nicht so ganz in die Nähe hier, obwohl die Verschmutzung zunimmt. Ich bin gespannt, wann es kritisch wird. Hier oben ist Gott sei Dank nicht so viel. Ah, das ist Kupferherz. Boah, da sieht auch nicht so toll aus, aber hier ist ja erstmal das Rohöl, was ich durch die Pipeline hier kommen lasse, ist hier erstmal gar nicht so schlecht. So, Kupfer funktioniert richtig gut. Ist die Kiste hier voll? Ja, dann, aber guck mal, dann drehe ich das mal in den Lager einfach mal erplanten ein. Hier habe ich ja satt und genug. So, ja, hier kriegen die genug, die greifen genug Zeug ab. Zahnräder, ja gut, der eine nimmt diese Zahnräder, der andere die, da kommen relativ viel zu. Ja, guck mal, das sieht doch super aus. Der staut da ganz gut zurück. Jetzt kann ich auch die bauen. Rote Schaltkreise, wie entstehen rote Schaltkreise? Kupferkabel, Kunststoff und Schaltkreise. Okay. Habe ich irgendwo was, wo ich Kupferkabel hinlege? Eine Nummer. Aber die gehen alle darüber. Das heißt, ich mache mir lieber hier einen neuen Schaltkreis, um mir hier Kupferkabel zusammenzubauen. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, weil dann könnte ich von hier aus die Kupferkabel direkt hier rüberlegen. Bauen wir uns also erst meine Kupferkabelanlage. Oder, besser gesagt, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir machen eben eine kurze Pause. Also für mich eine kurze Pause. Für euch eine etwas längere Pause. Nee, warte, eine doch. Das ist ein guter Plan. Wir machen eben eine kurze Pause. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzugucken. Und falls es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn nicht, erzählt es mir. So ein klassischer Marketing-Spruch. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.